Wie heißt das hier, Matthias? Das ist die Royal Horse Lounge. Ah, die sieht ja ganz genial aus. Und hier wahrscheinlich die ganzen Flaschen Champagner, die schon alle getrunken wurden. Es gibt jede Menge Markenprodukte, alles beim All-Inclusive-Mitrennen dabei. Das ist halt echt das Schöne hier. Von Jim Bim und dann Hennessy Cognac über Jägermeister. Wir haben hier schon alles gefunden. Wirklich ein Traum. Und hier ist auch schon der vierte Advent. Wir haben zwar erst den zweiten Advent, aber das ist ja egal.